Es gibt viele tolle Spielreihen, doch leider werden gewisse Spiele, die es schon seit langer Zeit gibt, nicht mehr hergestellt, sind zu echten Seltenheiten geworden und sind somit für viele Spiele von heute schwer zu erreichen. Aber glücklicherweise sind die Firmen so nett und bringen regelmäßig Sammlungen heraus. Meistens vereinen sie nur die alten Spiele, damit man sie mal wieder erwerben kann, aber manchmal bieten sie auch Specials und ganz selten wurden die alten Spiele überarbeitet. Und ganz selten wurden die Spiele überarbeitet und es gab noch ein bis dato gar nicht veröffentlichtes Spiel dazu. Dies war der Fall, als 1993 Super Mario All-Stars für den Super Nintendo herauskam. Aber nicht nur diese alten Klassiker wurden aus der Versenkung geholt, auch ich habe einen alten Kollegen mal wieder aus dem Keller gelassen. Ja, der Keller ist so kalt bei dir. Ja, motz nicht rum jetzt. Jetzt hier. Musst dich nicht beschweren, der Keller, das ist wunderschön da drin. Grüßt euch. In Super Mario All-Stars sind uns vier alte Klassiker aufgeboten worden. Dort haben wir hier zum einen das Remake von Mario Bros. und halt von den Nachfolgern Mario Bros. 2 und Mario Bros. 3. Aber wir haben noch ein kleines Extraspielchen dazu bekommen, The Lost Levels, aber dazu später mehr. Fangen wir erstmal an mit Mario Bros. 1. Hier wurde eigentlich nicht viel verändert, vor allem das reine Gameplay und das Level-Design wurde komplett erhalten. Sie haben das Ganze eigentlich nur soundtechnisch und grafisch ein bisschen aufgepumpt und halt an den Super Nintendo angeglichen. Ja, das Ganze sieht man sogar sehr, sehr gut an Bowser, damals noch bekannt als King Cooper. Vorher war er ja so eine grüne Echse mit Hörnern und Stacheln gewesen. Jetzt sieht man ihn doch etwas besser, beziehungsweise man erkennt ihn etwas besser mit seinen roten Haaren, mit dem Panzer. Die Hörner sind besser. Aber auch Peach ist viel, viel besser zu erkennen. Besonders an den Bildern, die ja jetzt in dem Schloss hängen, da sieht man halt viel besser, dass sie jetzt wirklich ein Bowser draus gemacht haben aus dem King Cooper. Ansonsten muss man zum ersten Teil aber auch nicht wirklich viel erwähnen, vor allem, da es ja auch jeder eigentlich kennen müsste. Schließlich wurde mit diesem Titel die größte und erfolgreichste Spielereihe aller Zeiten begründet. Und es wurde ja wie gesagt nicht viel verändert, was aber auch für den zweiten Teil gilt. Auch hier wurde am Gameplay und am Leveldesign nichts verändert, es wurde halt nur wieder grafisch und soundtechnisch aufgepimpt. Natürlich blieben uns die Spielelemente, die Teil 2 so außergewöhnlich gemacht haben, erhalten. Die Charakterauswahl zwischen Mario, Luigi, Toad und Peach, die unterschiedliche Fähigkeiten bekommen haben. Mario war der Allrounder gewesen, Luigi konnte etwas weiter springen, Toad konnte Gegenstände schneller aufheben und Peach konnte eine Weile schweben. Aber auch die kontroversen Gegner gab es natürlich wieder. So kam Wördo hier das erste Mal vor, die ja doch das ein oder andere Mal, vor allem in so Sportspielen, wieder aufgetaucht ist. Die anderen meisten Gegner sind aber nie wieder aufgetaucht, was bei der Maske wiederum nichts schade ist. Aber auch Tward und Mauser sind nie wieder irgendwo aufgetaucht. Ja, kommen wir jetzt nun zu meinem Lieblings-NES-Mario-Spiel und zwar nämlich Super Mario Bros. 3. Hier hat sich auch nicht viel getan, bis auf Sound und Grafik. Ja, und natürlich wurden auch hier die ganzen Gameplay-Elemente erhalten, die natürlich dieses Spiel vielleicht zu einem der besten NES-Titel aller Zeiten gemacht haben. Da haben wir zum einen natürlich die verschiedenen Anzüge, den Froschanzug, dann natürlich den Waschbärschwanz, der jetzt auch wieder gekommen ist in Mario 3D Land, aber auch natürlich Sachen wie zum Beispiel die Zauberflöte oder die Slot-Machine. Hier sind auch das erste Mal die Bowser-Kids aufgetaucht, die ja in Super Mario World einen neuen Auftritt hatten und im letzten vorigen Teil The New Super Mario Bros. Ja, reicht jetzt aber auch, ne? Also mehr müssen wir über dieses Missspiel jetzt wirklich nicht reden. Na gut, wenn du nicht darüber reden willst, dann vielleicht doch über das vierte Spiel, was auf diesem Modul ist. Und zwar nämlich Super Mario Bros. The Lost Levels, das eigentlich das Super Mario Bros. 2 werden sollte. Und doch dann gab es ein kleines Problem. Und zwar nämlich dachte sich Nintendo, hm, das ist viel zu ähnlich dem ersten, also versuchen wir doch was anderes. Und sie haben doch, wollen wir doch nicht drum rum reden, ein bisschen geklaut, ein bisschen dreist geklaut sogar. Und zwar nämlich von dem Spiel Duki Duki Panic. Was dann später einen großen Skandal und Rechtsstreit ergeben hat. Ja, Mario Bros. The Lost Levels zeichnete sich ja durch einen unglaublich hohen Schwierigkeitsgrad aus. Wir wurden praktisch mit Rakitos irgendwelchen riesigen Abgründen und den ganzen Hammer Bros. total überschüttet. Und so ist es nicht verwunderlich, dass kaum einer weiß, dass es tatsächlich acht Welten gibt. Und sogar noch vier Extra-Welten, die dann A bis D genannt worden sind. Die meisten sind irgendwann in Level 4 oder 5 spätestens nicht mehr weitergekommen. Was aber auch keine Schande ist. Es ist wirklich schwer. Es gibt auch wieder Warp-Zones. Aber wenn man das Spiel wirklich einmal durchspielt ohne diese Warp-Zones, dann kommt man tatsächlich auch in eine neunte Welt, die auch Fantasy World genannt wird. Also viel Glück dabei, das zu versuchen. Ja, für zwei Spieler lohnt sich das Spiel eigentlich nicht so wirklich. Da eigentlich nur in Super Mario Bros. 3 natürlich die alte Battle-Funktion aus dem Original Mario Bros. wieder mit dabei ist. Ansonsten kann man dieses Spiel leider nur einzeln genießen. Später kamen noch zwei weitere Sachen heraus. Und zwar nämlich einmal das Super Mario All-Stars plus Super Mario World. und das Super Mario All-Stars 25 Jahre Jubiläumse-Edition für die Wii. In der Wii-Edition sind sogar sehr, sehr schöne Sachen mit beigeliefert worden. Und zwar nämlich einmal ein History-Book, wo sehr, sehr viele Zeichnungen, Originalzeichnungen, wie sie sich das gedacht haben mit Super Mario. Also es wird ein bisschen erzählt, wie man auf die Idee kam, wie das aufgebaut wurde. Eine Soundtrack-CD gab es auch noch dazu, wo sehr, sehr viele Titel-Themen dabei sind und auch Sound-Effekts von Super Mario Bros. bis hin zu Super Mario Galaxy 2. Als kleines i-Tüpfelchen hat sich Nintendo noch gedacht, hey, wenn wir schon eine Jubiläumse-Edition rausbringen, bringen wir doch eine Wii heraus, eine rote Signal mit dem Spiel und eine rote Wii Remote. Ja, das war's auch schon von unserer Seite. Wir hoffen natürlich, dass wir euch hier wieder ein bisschen in die alten Erinnerungen zurückreißen konnten. Ja, mir hat das auch sehr gefallen. Es hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß mit dir hier was aufzunehmen, Tim. Ja, mir auch ein bisschen. Jetzt reicht's aber auch. Wieder zurück in den Keller jetzt. Ach, Menno, dann krieg ich ja wieder nichts zu essen. Aber lass mich wieder raus, wenn wir ein Video zusammen machen. Ja, das wollen wir mal sehen. Da lassen wir hier die Zuschauer entscheiden. So, Alu-Karte ist wieder im Keller. Ob ich ihn mal wieder rauslasse, liegt jetzt an euch. Ich hoffe, wie immer, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim und ja, Alu-Karte sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das sieht man ja vor allem im Schloss, wo er jetzt auf die Bilder von Bowser tatsächlich hängt. Und weißt du, was Bowser kann? Feuerspein! Ja, aber auch hier sind die alten Spielelemente erhalten und äh... Oh, Alter. Ich versuch hier gerade Material aufzunehmen für The Lost Levels. Dazu muss ich ja ein bisschen spielen. Das ist so kackenschwer, Alter. Ja, äh, willst du nicht immer schwere Spiele haben? Sonst jammerst du immer wie bei New Super Mario Bros. Ja, ähm, ja, das hier, das ist aber... Ich meine, das hier jetzt ist ja hier jetzt was von... Ach, halt die Klappe! Ja, ja. Und sogar eine rote Wii Remote dabei. Was? Es gibt eine rote Mario Wii Remote? Ja, die gibt es in diesem Paket dabei. Moment.